Nachdenkseiten Die kritische Website Wagenknecht ist der menschgewordene Hitler-Stalin-Pakt. CSU-Vorstandsmitglied überholt Hofreiter. Ein Kommentar von Markus Klöckner. Sarah Wagenknecht ist der menschgewordene Hitler-Stalin-Pakt. Das sagte gerade CSU-Vorstandsmitglied Bernd Posselt. Und damit ist heute schon ein neuer Tiefpunkt in einer immer verwahrlosteren Debatte um das Bündnis Sarah Wagenknecht erreicht. Gestern noch kommentierten die Nachdenkseiten die Äußerung des grünen Politikers Anton Hofreiter, wonach Wagenknecht eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben, sei. Und heute also wird Wagenknecht quasi zum neuen Hitler. Damit dürfte dann aber vermutlich der Höhepunkt des Tiefpunkts erreicht sein. Schlimmer als Hitler geht nicht. Und jeder kann sehen, wo Wut Argumente ersetzt, steht am Ende irgendwas mit Hitler. Das BSW hat in Deutschland aus dem Stand Politikgeschichte geschrieben. Die Wahlergebnisse in den neuen Bundesländern des erst vor kurzem gegründeten BSW sind beeindruckend. Eine beachtlich große Zahl an Bürgern hat eine Partei gewählt, die nicht mitmacht beim Feindbildaufbau Putin. Viele Wähler haben einer Partei ihre Stimme gegeben, die laut und deutlich Frieden sagt. Das ist ein Störfaktor, und zwar ein beträchtlicher Störfaktor. Das BSW stört die Fraktion der kalten Krieger und der Hurra-Schreier. Dabei soll gerade Deutschland samt seiner Bevölkerung kriegstüchtig gemacht werden, um sich kollektiv dem russischen Bären entgegenzustellen. Und dann das. Das BSW. Wie kann es Wagenknecht mit ihren Mitstreitern nur wagen, sich dem Rausch der Zeitenwende, der in Wirklichkeit ein Rausch des Militarismus ist, zu entziehen? Kriegstrommeln ist dann gesagt. Ein Operationsplan Deutschland wird bereits aufgestellt, der zeigen soll, wie sich das Land gegen einen angeblich irgendwie zu erwartenden Angriff und Einmarsch Russlands vorbereiten soll. Und dann nochmal das. Das BSW. Ist das schon so eine Art Wehrkraftzersetzung, wenn eine demokratische Partei in einem demokratischen Land bei demokratischen Wahlen mit an der Demokratie partizipierten Bürgern keine Lust auf Krieg hat? Als Journalist, der analysiert, würde man sagen, welch ein Unfug. Nur heute ist ja alles gar nicht mehr so einfach. Heute sagt eine Politikerin Frieden, schon ist sie eine der schlimmsten Kriegstreiberinnen, die wir im Land haben. Heute sagt eine Partei Nein zu Waffendieferungen in die Ukraine. Schon liegt da der Hitler-Stalin-Pakt in der Diskussion ganz oben. Heute gehen unsere Brüder und Schwestern im Osten des Landes zur Wahl und wählen eine Partei, die sich für einen raschen Waffenstillstand und Verhandlungen in der Ukraine einsetzt. Schon beschimpft sie ein Humorist mit Namen Florian Schröder als, Achtung festhalten, Putin-Klatschvieh auf der Plattform X. Sicher, wer da nicht fest im Sattel der Realität sitzt, kommt in Anbetracht all der munter gelebten Liebeserklärungen zur Orwellschen Sprachverdrehung aus dem Staunen nicht mehr raus. Frieden ist Krieg, Krieg ist Frieden. Und der Teufel ist, wer nicht bereit ist, einem 18-jährigen Teenager eine Waffe in die Hand zu drücken, damit er einem anderen 18-jährigen Teenager, der als Feind gilt, den Kopf wegschießt. Moment, Stichwort Teufel. Eine Steigerung von Hitler ist vielleicht doch möglich. Hat vielleicht jemand Wagenknecht schon als den Leibhaftigen bezeichnet? Zeigt morgen einer der Guten auf, dass Wagenknecht der Teufel ist? Und, auch noch von Interesse, hat heute wirklich ein CSUler einen grünen Links überholt? Oder war das noch ein rechtes Überholmanöver? Auf welcher Spur war dann Hofreiter unterwegs? Fragen über Fragen bleiben sie dran. Vielleicht bleibt es spannend und der Höhepunkt des Tiefpunkts ist dort noch nicht erreicht. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.